Leo, der Lastwagen In der Waschanlage ist ein blaues Auto. Das ist Max. Und das sind die kleinen Roboter. Sie wollen, dass Scoop auf dem Spielplatz ein Loch für sie gräbt. Aber warum? Haha, Sie glauben, dass hier ein Schatz vergraben ist. Oder da? Oder vielleicht hier? Der rote Roboter ist sich sicher, dass der Schatz hier ist. Ob er wohl recht hat? Wir werden ja sehen. Noch ein bisschen Noch ein bisschen Oh, Wasser. Eine riesige Fontäne. Oh nein, das ist kein Schatz. Scoop hat aus Versehen mit seiner Schaufel das Wasserrohr kaputt gemacht. In der Waschanlage gibt's kein Wasser mehr. Max kann sich nicht mehr waschen. Leo, kannst du uns helfen? Wir müssen ein Fahrzeug bauen, mit dessen Hilfe wir neue Rohre verlegen können. Aber zuerst sollten wir das Wasser abstellen. Roboter, dreh das Ventil zu. Scoop, du musst das Loch noch größer machen, damit wir an das Rohr rankommen. Leo, sind das die Teile für den Kran? Fahrgestell Fahrgestell Ketten Fahrerkabine Fahrerkabine Sitz Hebel Hebel Türen Türen Scheinwerfer Ausleger Ein Greifer Ein Greifer, um das Rohr hochzuheben Der Kran ist fertig Schaut mal, er hebt das Rohr hoch Da ist ja das Loch Jetzt brauchen wir ein neues Rohr Jetzt brauchen wir ein neues Rohr Jetzt brauchen wir ein neues Rohr Geht dieses Rohr? Nein Und dieses hier? Das geht auch nicht Das ist das Rohr, das wir brauchen Der Kran setzt das neue Rohr ein Der Kran setzt das neue Rohr ein Jetzt können wir das Wasser wieder aufdrehen Das Rohr ist wieder dicht Scoop, fülle die Grube wieder auf Das ist das ein neues Rohr Und wie sieht's in der Waschanlage aus? Haha, Max kann sich wieder waschen. Dankeschön, Leo. Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug. Was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile. Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Das ist Scoop, der Bagger. Wisst ihr, was er da macht? Er kreppt ein Loch, um auf dem Spielplatz einen Basketballkorb aufzustellen. Oh, pass auf, Scoop. Er fällt um. Versuchen wir es nochmal. Nein, so wird das nicht. Wir müssen die Stange einbetonieren. Schaut mal, Leo bringt Teile für ein neues Fahrzeug. Einen Zementmischer. Oh. Wenn wir das Fahrzeug zusammengebaut haben, können wir damit Zement holen gehen. Oh je, ein Rad rollt weg. Oh, das Rad hat den Turm getroffen, den der Roboter gebaut hat. Hm, der Roboter baut den Turm wieder auf. Fertig. Schaut mal, er wirft mit dem Rad den Turm um. Das ist ja ein interessantes Spiel. Lass uns die drei Räder an das Fahrgestell montieren. Jetzt die Kabine. Ein grüner Stoßdämpfer. Frontscheinwerfer. Kotflügel. Das ist eine Plattform. Die orangefarbenen Teile werden die Mischtrommel tragen. Und das ist die Mischtrommel. Darin wird der Zement transportiert. Und zum Schluss kommt noch ein orangefarbenes Teil obendrauf. Leo, wir müssen das vierte Rad montieren. Lass es uns suchen gehen. Wo könnte es denn sein? Hinter dem Baum ist es nicht. Der Roboter spielt noch immer mit dem Rad. Hallo, Roboter. Möchtest du mal etwas Interessantes sehen? Dazu brauchen wir aber erst das Rad. Dankeschön. Fahr Leo hinterher. Alle Räder sind in ihrem Platz. Der Zementmischer ist fertig. Jetzt können wir Zement holen. Roboter, drück den Knopf. Prima. Die Mischtrommel dreht sich, damit der Zement nicht hart wird. Der Zementmischer fährt zum Spielplatz, um die Krube für den Basketballkorb aufzufüllen. Lasst uns die Stange des Basketballkorbes in das Loch stellen, das Scoop ausgegraben hat. Und mit Beton auffüllen. Das genügt. Dankeschön, Zementmischer. Der Zement ist ausgehärtet. Jetzt fällt die Stange nicht mehr um. Lasst uns Basketball spielen. Scoop hat den ersten Korb geworfen. Sei nicht traurig, Roboter. Jetzt bist du dran. Los, du schaffst das. Klasse. Jetzt könnt ihr auf dem Spielplatz auch Basketball spielen. Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug. Was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile. Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Nastwagen. Die Roboter bauen auf dem Spielplatz aus bunten Blöcken Burgen. Die Burgen sollen groß werden. Mal sehen, welche Burg schöner wird. Oh, es ist nur noch ein Block übrig. Roboter, hört auf zu streiten. Ein Block ist nicht genug, um die Burg fertig zu bauen. Leo, du kannst doch sicher noch mehr Blöcke bringen. Oder, Leo? Oh. Leo fährt zu Lifty's Laden. Leo fährt zu Lifty's Laden. Viele Blöcke, um zwei große Burgen zu bauen. Wow, das ist ja ein richtiger Berg aus Blöcken. Leo kann die gar nicht alle transportieren. Wir müssen einen großen Laster bauen. Leo hat die Teile dafür gebracht. Lasst sie uns zusammenbauen. Kabine. Frontscheinwerfer. Kühlergrill. Vordere Stoßstange. Zwei Sitze. Lenkrad. Türen. Außenspiegel. Dieses Teil befestigen wir an der Kabine. Kodflügel. Auspuffrohre. Und vier Räder. Die Zugmaschine ist fertig. Aber von wo bekommen wir den Anhänger her? Weißt du es vielleicht, Lifty? Mal sehen, welches Teil brauchen wir? Die Ladeschaufel? Nein. Die Mischtrommel? Darin kann man keine Blöcke transportieren. Den großen Anhänger? Ja, den nehmen wir mit. Schiebt, Leo. Lasst uns den Anhänger an der Zugmaschine befestigen. Jetzt kann Lifty die Blöcke in den Ladekasten füllen. Gut gemacht, Lifty. Leo, jetzt können wir die Blöcke zu den Robotern bringen. Oh, der orangefarbene Block ist runtergefallen. Leo, nimm ihn mit. Los geht's. Roboter, schaut mal. Der große Laster hat noch mehr Blöcke gebracht. Und Vorsicht! Roter Roboter, wo bist du? Geht's dir gut? Jetzt könnt ihr eure Burgen fertig bauen. Die Roboter sind aber schnell. Ihre Burgen sind fertig. Super! Dankeschön, Leo. Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug. Was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile. Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Die vier kleinen Autos fahren die Straße entlang. Oh, eine Pfütze. Hehe. Nasse Straßen sind rutschig. Oh, Vorsicht! Leo, das gelbe Auto steckt fest und kommt alleine nicht raus. Kannst du ihm helfen? Mhm. Lasst uns einen Abschleppwagen bauen. Der kann das gelbe Auto rausziehen. Los geht's, Leo. Am Fahrgestell montieren wir die Plattform für die Fahrerkabine. Mhm. Jetzt kommen zwei Sitze. Lenkrad und Instrumententafel. Mhm. Und nun die Fahrerkabine. Frontscheinwerfer. Vordere Stoßstange. Vier Räder. Kotflügel. Und eine rote Plattform. Darauf kommen der Ausleger und der Haken, um das Auto aus dem Graben zu ziehen. Aber wo sind der Ausleger und der Haken? Leo, wir müssen sie suchen gehen. Haha. Ah, da ist der Haken ja. Der kommt in deinen Ladekasten. Und der Ausleger ist unter der Rutsche. O. He, he, he. Prima. Lass uns den Ausleger mit der Winde montieren. Und den Haken natürlich auch. Gut gemacht, Leo. Schaut mal, wie stark der Abschleppwagen ist. Er kann sogar Leo ziehen. Kleines Auto, wir helfen dir da raus. Der Abschleppwagen lässt den Haken runter. Halte dich daran fest. Genau so. Gut gemacht. Kleines Auto, du bist aber schmutzig. Wir bringen dich in die Waschanlage. Zeit, dich wieder sauber zu machen. Danach kannst du weiterfahren. Sei in Zukunft aber vorsichtiger. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020